Zur Hälfte von Deutschen werden inzwischen polnische Immobilien gekauft, sagt Makler Piotr Romanowicz und preist die Vorzüge der 80 Quadratmeter Wohnung in Traumlage für 150.000 Euro. Angst vor den Deutschen heute, da seien polnische Vorurteile von gestern. Die Polen lernen sehr schnell, die wissen schon Bescheid, was freie Marktwirtschaft ist. Deshalb alle diejenigen, gerade auch die Deutschen, die so nah hier leben, die zu uns kommen, die werden sehr herzlich willkommen von uns. Und jeder in Polen weiß Bescheid, dass wenn ein deutscher Tourist kommt, der bringt mindestens ein Euro mit. Und das können schon die Polen umrechnen.